Hallo, mein Name ist Markus Jung von Fernstudiuminfos.de und heute möchte ich mal ein großes Dankeschön dalassen. Ein Dankeschön, das an euch geht, denn vor wenigen Tagen hat der YouTube-Kanal von Fernstudiuminfos.de die Grenze von 2000 Abonnenten überschritten, was mich natürlich sehr freut. Ja, ich denke, gerade dadurch, dass auch viele Zuschauer hier sehr treu, sehr kontinuierlich dabei sind, sich immer wieder auch bei den Live-Veranstaltungen zu Wort melden, Kommentare reinbringen, wird das Ganze lebendig und das darf natürlich gerne auch noch ausgebaut werden. Wenn ihr also jetzt noch keine Abonnenten seid, wie das Video seht, dann drückt doch einfach auf den Button zum Abonnieren und aktiviert auch die Glocke, damit ihr wirklich mitbekommt, wenn es neue Inhalte gibt rund ums Thema Fernstudium. Ja, inhaltlich soll es im Wesentlichen so weitergehen, wie es im Moment der Fall ist. Also ich möchte euch mit Antworten auf Fragen versorgen, Antworten auf Fragen, die in den Kommentaren gestellt werden. Da mache ich gerne Videos zu, wenn das etwas komplexere Fragen sind, für die nicht nur eine kurze Textantwort ausreichend ist. Natürlich wird es weiter auch Interviews geben mit den Anbietern, mit anderen Fernstudierenden, die von ihren Erfahrungen berichten und auch sonstige Aktionen und Infos rund ums Fernstudium. Ich möchte die Gelegenheit des kleinen Jubiläums, dieses Meilensteins, aber auch nutzen, um euch zu bitten, mir mitzuteilen, welche Themen euch konkret interessieren, welche Fragen ihr habt, zu denen ihr euch ein Video wünscht oder ob ihr auch Vorschläge habt für ganz neue Videoformate, um den Kanal weiter auszubauen und ja auch an eurem Bedürfnis, an euren Wünschen zu orientieren. Mein großes Ziel für den Kanal ist es, irgendwann dann auch mal die 10.000 Abonnenten zu erreichen, denn dann könnte ich euch auch mit Stories hier bei YouTube versorgen, was ich eigentlich eine ganz schicke Funktion finde und lieber hier machen würde, als zum Beispiel bei Instagram. Gelegentlich nutze ich auch schon mal die Community-Beitragsfunktion. Das ist jetzt noch nicht so viel. Wenn ihr da euch mehr wünscht, auch mit Textbeiträgen, die da reinkommen, vielleicht mit Hinweisen auch auf Videos von anderen Kanälen, dann könnt ihr mir das auch gerne mitteilen. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch mal ein großes Dankeschön zu sagen und ich freue mich auf die, naja, sagen wir erstmal nächsten 1.000 Abonnenten und melde mich dann bei den 3.000 sicherlich wieder auch mal mit solch einem Video. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn es euch gefällt, dass der Kanal wächst, dann bitte euren Daumen hoch dafür, so wie immer. Und ja, schaut auch gerne mal bei Fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Blogs und Beiträgen.